Ganz vorne haben wir jetzt Morgi Gleiski, Klaugio Kimhoff, Gleiski, der schon ganz nervös. Ex-Protikia, den Wolfgang-Tikot, der jetzt bei Carlos Rahl für den ersten ausscheidet. Frau Mark Hester, ob sie den nervös weiter nach vorne raus, die bereit sind. Über den Weinstein. Jetzt schauen wir, Mark Hester, das ist ja auch von uns, Maximilian. Feierabend, auch los, guck. Finde ich ein bisschen zu weit auf vorne, Max. Das halte ich dort schon, Mark Hester mit einem schönen Start. Und dann machte ich noch die erste Position. Morgi Gleiski, Gleiski, Klaugio Kimhoff, Gleiski, E putter wird währendd 선생 멈ste gehen mit einem schönen Start-B Dåließen.